Herzlich Willkommen zurück hier bei Banished. Ich heisse euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Trollenkönig. Und you are watching Troll TV. Oder was auch immer. Ja, das ist unser letzter Stand hier in Troll Town. Wir haben vieles geschafft. Wir haben hier einen Woodcutter. Wir haben einen Blacksmith. Wir haben einen Fisherman. Wir haben Hühner, die bereits geschlachtet werden. Wir haben hier eine Hunting Cabin. Ein Gatherer's Hut. Unser nächstes Projekt ist hier. Einen Förster anzusiedeln. Und dann hier hinten eine weitere Hunting Cabin. Und eine Gatherer's Hut hin zu pflanzen. Später ist es eigentlich meine Intention. Nein, ich habe vor, hier eine Brücke rüberzubauen. Damit ich dann hier drüben... hat es ja so schöne Gebirgszüge, Hügelzüge. Und an diesen möchte ich gerne eine Mine anbringen. Damit wir so schnell als möglich an Kohle kommen. Kohle wird noch ein sehr wichtiger Baustoff für Stahlwerkzeuge und natürlich auch Eisen abzubauen, da Eisen, das so rumliegt, halt schon eine endliche Ressource ist. Obwohl wir hier hinten auf unserer Insel natürlich auch verdammt viel rumliegen haben. Aber ja. Es ist halt schon ziemlich weit entfernt. Und alles, was in der Nähe liegt, ist besser. Ich dachte mir dann auch so, hey, schau mal, du hast hier die Möglichkeit, eine riesige Brücke rüberzubauen. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist ja ein Hügel, das geht gar nicht. Also, in diesem Spiel keine riesige... Oh, doch, hier. Ja, das ist aber... Hm, ich sag's mal so, ist in ein paar Spielstunden möglich. Jetzt erst mal starte ich das Spiel. Äh, und wir schauen, was so anliegt. So, hier wird schon am Tunnel gebaut. Dafür brauchen wir vier Bauarbeiter, die ich jetzt zur Verfügung stelle. Und, dann baut man. Dann kann ich hier den Weg fertig ziehen. So, ja, gut. Ja, das schaut gar nicht so übel aus. Passt. Ähm, gleich mal gucken, der kommt hier, was so gut ist. Das ist doch perfekt. Vielleicht, das ist doch so. Äh, hier, das ist doch so. Perfekt. Dann braucht er noch einen Weg. Und fertig. Ja, ich habe das letzte Mal auch hier diese zwei Häuser gebaut. Äh, das sind schon bereits Leute eingezogen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass es mehr braucht. Also werde ich jetzt noch... Wir haben jetzt im Moment die Materialien dazu. Ähm, zwei weitere Häuser bauen. Drei. Und war spontan. Ich bin so ein spontaner Mensch. Ich, äh, entschlüsse mich manchmal spontan dazu, um nach 2.03 ein Video zu drehen. Warum auch nicht? Ich habe ja die Zeit. Nein, es ist ja so, ich habe sonst eigentlich keine Zeit. Durch meine Perifaten, äh, Arbeiten. Also, Arbeit und bla. Ist schon. Gut, hier gleich. Förster. Und dann, damit der jetzt natürlich mehr Anbaufläche hat, muss hier alle Stein und all das Eisen abgebaut werden. Das werde ich jetzt gleich so machen lassen. Und das Log Limit mal auf 10.000 setzen. Sobald hier der Stein weg ist, bekommt er eine eigene Stockpile und dann werde ich gleich daneben einen, äh, genau, setzen. Äh, einen Woodcutter setzen. Langsam muss ich mich jetzt, äh, insessen dort. Wenn ich jetzt mal, äh, vielleicht, wie das geht, eine, eine Fischhütte hinbauen. Natürlich gibt es nicht, doch hier geht es so. Weg, 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 gut, so gefällt mir das. Also, wir haben die neuen Häuser gebaut und siehe da, sie sind bereits bewohnt. Das ist wirklich sehr gut. Das ist, ich habe mir ein paar Let's Plays angeschaut und das ist zu meiner Meinung, ich habe einen Fehler entdeckt, den viele machen. Und zwar, viele bauen keine neuen Häuser, sondern sie schauen zu, dass sie die alten upgraden, also man kann hier, wenn ich jetzt hier klicke, dann wird aus diesem Holzhaus ein Steinhaus gemacht. Das wird dann abgerissen und aus Steinhaus neu aufgebaut, verbraucht natürlich Ressourcen wie ein neues, ist ja klar. Aber, das ist der Fehler, den viele machen. Die bauen sich, ja sagen wir mal, vielleicht diese Größe oder vielleicht noch etwas mehr und dann bleiben die dabei. Und das Problem, das da besteht, ist natürlich, wir haben jetzt hier, die sind jetzt 34, 37, 42, wahrscheinlich der älteste. Ja, ist so. Ja, die werden bis zu 80 Jahre alt und wenn die 80 Jahre alt sind, dann sind die, also das geht jetzt noch 40 Jahre, sind die schon 60. Mit 60 bekommen die keine Kinder mehr. Die Kinder, die ziehen von sich aus, nicht aus, also die, die, das ist nicht so wie in der realen Welt, wo die sagen, ja ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt und suche mir eine eigene Bleibe. Nein, die bleiben so lange zu Hause, bis es freie Häuser gibt. Das heisst, wenn ich keine neuen Häuser, äh, neuen Häuser baue, bleiben alle diese Kinder, zum Beispiel hier, Schad, 5, äh, in, sagen wir mal 30 Jahren, 35. Die Eltern sterben dann, gut, der bleibt dann vielleicht in diesem Haus drin. Aber, mit 35, noch Kinder, mhm, wird schwierig. Meistens nicht. Naja, gut, wie dem auch sei, ich muss mich jetzt langsam hier an das Essen kümmern. Das heisst, äh, ich habe 8 freie Arbeiter. Also, wenn ich jetzt hier gleich mal 4, äh, Räume setze. Nein, so wollte ich das. Dankeschön. Hier ebenfalls, äh, eine neue, äh, Ja, wahrscheinlich so etwa in diesem Bereich. Das ist jetzt natürlich ein sehr weiterer Arbeitsweg, den die da haben. Ist noch vertretbar, aber irgendwann werde ich dann hier die Überlegung machen müssen, ob es vielleicht nicht besser ist, wenn ich, äh, nicht ein paar Häuser da oben baue, damit die nicht ganz so weit haben. Ah, ich brauche 6, äh, 4 Seiten reichen. Ja, die sind schon dabei. Ich habe noch genug Werkzeug. Eisen sollte jetzt dann gleich, äh, sollte sich jetzt dann gleich wieder auffüllen, da ich, ja, ähm, Dings, ihr wisst schon, Genau, was ich gemacht habe. Ja, weil ich ja hier die Zahl der Ressourcen abbaue, äh, habe ich da. Ja, das ist schon in Ordnung so. Ich will jetzt kurz hier diesen Bereich, äh, frei machen, weil ich unbedingt hier eine, äh, ein Stockpile hinhaben will. Das finde ich wichtig, damit dieser, äh, dass die Arbeiter hier nicht den ganzen Weg zurück ins Dorf legen müssen, dass sie bis hier Holz ablegen können, sondern dass sie den Holz gleich hier, relativ am Rahmen ihres, äh, Einzuggebietes, äh, äh, zu kopieren können, dann werde ich gleich hier gegenüber, und hier die Stockpile und hier gegenüber, dann einen Woodcutter aufsetzen, damit der auch gleich in der Nähe des Geschehens ist. So, jetzt müssen wir uns schon bezeugen, die Fuhrheit. Dann werden wir uns, ich möchte mich, jetzt mal so einen Platz, äh, jetzt müssen wir uns in der Heimung setzen. Gut. Und dann kommt, ähm, nämlich hier gleich gegenüber der Woodcutter hin. So, das läuft. Dann will ich hier noch eine höhere Priorität haben, weil das Essen wird schon langsam wieder etwas knapp. Wir wachsen, gedeihen. Das ist ja lustig. So. Feuerholz haben wir zwar genug, ich denke, Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-Dose, Dingsbogen ist Porzellan-Land. eine Vor-Türk-Pozei-Scheiße, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Lieber zu viel, als zu wenig. Gut. Hier hinten wird schon bald tüchtig gebaut. Hier braucht's drei, hier braucht's drei. Also werde ich mal drei zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund habe ich dieses Menü immer offen. Das ist ein sehr guter Weg, eine gute Übersicht zu halten, das Ganze geschehen in der Hood. Und, äh, ich überlege gerade, ob ich nicht hier oben den Marktplatz hinsetzen soll. Weil der Marktplatz, ähm, es ist so, äh, die, äh, Mendoren, also die Verkäufer, die holen die Materialien von überall her. Und bringen ihn zum Marktplatz. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben diesen Stockpile habe, die Leute gehen nicht da hoch und holen sich das Zeug von da oben runter, sondern die gehen den nächsten Weg und holen sich das Zeug von da, wenn es da nichts mehr hat, tja, dann kann es schon vorkommen, dass, äh, gewisse Leute, gewisse Haushalte einige Sachen halt einfach nie zu Gesicht kriegen. Vor allem, wenn ich hier eine Riesenstadt habe und, äh, sagen wir mal, die Felder irgendwo hier hinten sind, dann haben vielleicht drei, vier Häuser, die hier gebaut sind, für, äh, genug, äh, sagen wir mal, Weizen, aber die hier unten verhungern, weil, ja, die einfach den Weg nicht da hochgehen. das ist natürlich blöde und ich habe jetzt gerade gemerkt, ich bin ziemlich blöde, weil, ich habe vergessen, äh, ich habe vergessen, den Schneider zu, äh, platzieren, das werde ich jetzt sofort nachholen, weil, Schneider und so, wichtig und so, den setze ich jetzt hierhin, damit ich hier hinten die Strasse langziehen kann und der braucht absolute Priorität, weil wir haben keine Kleidung mehr, äh, das Essen wird knapp und, ja, nicht so toll. Ähm, wir sollten eigentlich noch genug Ressourcen haben. Also, die Stadt, die ich, äh, privat habe, mit, äh, den 4, 5, 600 Leuten, ich habe 4 Förster, also respektive, ich habe 4 solche, äh, Forester Lodges, das macht insgesamt 16 Förster und das reicht aus, um die ganze Stadt mit Holz zu versorgen. Hier, kommt es mir so vor, als, äh, würden die viel mehr schlafen, als sonst was, weil, ich bereits jetzt schon kein Holz mehr habe. Ja, arbeite jetzt. Oh, jetzt gut. Holz, jetzt. ich da mal ein Karschlein. Es fehlt, äh, es fehlt gar kein Holz. Also, nicht für den Bau. Hier habe ich genug. Und, ja, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Los, lebelt und vermehret euch. Tja, dann werde ich jetzt nachholfen. Äh, ich muss kurz warten, bis hier das Ganze fertig gebaut ist. Äh, es fehlen mir noch. Oh, scheiße. es fehlen mir noch Holz. Wadja kaa. Es ist mir noch Holz. Es ist mir noch. So. Ja, das Spiel, ähm, wie soll ich sagen, ab und zu muss man halt viel warten, weil jetzt der erste Moment, ich habe die Aufträge verteilt und ich warte eigentlich nur darauf, dass sie ausgeführt werden, ja, na gut, ich hab das gebaut und das noch so gut, stimmt, ja, einer sollte reichen, so wie viel Leder habe ich, ich habe 74 Leder, das reicht also, das sollte für den Schneider genug sein, sobald hier fertig gewartet ist, also ich habe 6 von 6, äh, Jäger, aber von den Sammlern hab ich nur, 4 von 8 Das heisst, da fehlen mir 4 Das ist nicht gut Also sollen die zuschauen, dass sie so schnell wie möglich hier fertig werden Los, 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 los Gut Und hier 3 weg 1, 2, 3, 4 Essensversorgung gewährleistet Also, ich brauche Holz Soll ich mir von da Und jetzt Ja, und mit diesem Bild Verabschiede ich mich von euch Es tut mir leid, dass die heutige Folge etwas langweilig war Es passiert im Moment nicht gerade sehr viel Ich bin gerade in der Aufbauphase Ihr seht es ja selbst Das sind so die Basics Auf die man sich achten muss Ich muss bestimmt noch in der nächsten Folge Ein paar Häuser mehr bauen Weil wir sehen hier Wir haben zwar schon bald 50 Leute bei uns Aber Ja Das Problem ist halt Ich will nicht, dass mir das Dorf ausstirbt Ich kann es mal kurz zeigen Wenn ich jetzt hier auf dieses Haus gehe Es sind 45 54 Haben aber noch Kinder mit 9 Jahren 14 Jahren 22 Jahren Wenn ich jetzt ein neues Haus bauen würde Und man nur diesen Haushalt anschaut Kann man sicher gehen, dass der 22-Jährige ausziehen wird Und der Rest ist halt immer noch zusammen Das heisst für diesen Haushalt brauche ich eigentlich schon mal zwei neue Häuser Damit hier die Kinder rausgehen Hier genau dasselbe 17 Der wäre eigentlich nicht mehr zu Hause Aber da es keine freien Wohnungsplätze mehr gibt Bleibt der natürlich zu Hause Hier genau dasselbe Genau dasselbe Hier haben wir sogar einen Das ist ziemlich sicher der Sohn Der halt immer noch zu Hause ist Weil er einfach sonst keine andere Bleibe hat Ja und so zieht sich das halt durch alle Wirklich restlos durch alle Haushalte Und wenn ich nicht will, dass mein Dorf ausstirbt Muss ich ziemlich schnell ziemlich viele neue Häuser bauen Das heisst, ich brauche ziemlich schnell ziemlich viele Arbeiter Für Nahrungsbeschaffung, Holz, allgemeine Ressourcen Und dann denke ich, wir sind jetzt im siebten Jahr So etwa in 20 bis Maximum 40 Jahren Sind wir dann so weit, dass wir etwa 200 bis 300 Leute Hier im Dorf haben Und dann werden wir schon ziemlich alle Gebäude haben Wir werden schon ziemlich alle Sorten an Essen haben Wir werden grosse Felder haben Aber der Anfang ist halt immer das Schwierigste Vor allem jetzt mit der Schule Da sind sieben Schüler drin Die aber eigentlich schon arbeiten könnten Wenn ich dann mal wirklich einen Überschuss an Arbeiten habe Kann ich sie dann mal zeigen Wenn ich dann hier die Arbeit einstelle Werden die dann gleich anfangen zu arbeiten Mein Ziel ist es aber Später, wenn wir dann die Town Hall gebaut haben Ich denke, wir sind etwa so In dieser Region Das Gebäude hinkommen Ich will eine 100%ige Ich will, dass im Dorf 100% aller Menschen ausgebildet sind Weil nur das garantiert mir Dass ich dann, wenn ich später Probleme habe Dass die Arbeitskräfte nicht nachlässig werden Das ist etwas vom Schlimmsten Das ist mir beim ersten Mal passiert Da habe ich überhaupt keine Schuhe gebaut Und irgendwann Ja, die Taten alles andere Nur nicht arbeiten Und das kann ich nicht gebrauchen Da bin ich knallhart Naja, klar aus Schweiz Nein, Scherz beiseite In diesem Spiel ist es wirklich sehr wichtig Dass man die Arbeitskräfte richtig einteilt Dass man darauf achtet, dass die Arbeiter das wirklich richtig aufmachen Und wenn die natürlich nicht ausgebildet sind Kennen die das nicht Und machen die auch nicht, was man ihnen sagt Und ja Genug gequasselt Ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Morgen, Mittag Abend, was auch immer Eine schöne Woche Schaut euch das Spiel an Es macht tierisch viel Spass Auch wenn ihr jetzt seht Ich habe jetzt Wenn man jetzt diese beiden Folgen zusammen nimmt Die ich ja Beide gleichzeitig aufgenommen habe So gleichzeitig In der gleichen Session aufgenommen habe Spiele ich jetzt eine Stunde Und in einer Stunde habe ich es geschafft Von 16 auf 36 Leute zu kommen Also, Entschuldigung Auf knapp 50 Leute zu kommen Aber für mich zählt ja eigentlich nur Diese Zahl hier die erste Weil das sind meine Arbeiter Und ich achte mich auf die Der Rest interessiert mich gar nicht Und das ist eigentlich kläglich Aber das ist dieses Spiel Besser geht es nicht Schneller geht es nicht Und doch, es geht schon Aber Dann wird man ziemlich schnell Hunger leiden Man muss auf alles Acht geben Und ja Ich hoffe, es gefällt euch Wenn ja, Daumen hoch Wenn nein, lasst es bleiben Ich wünsche euch Und bis zum nächsten Mal Ciao